yo guys wassup the blue gangster is back with another part of crash bandicoot 3 warped from the insane trilogy and ja koko ist beschäftigt um euch kurz zu zeigen wie weit ich bin ich habe jetzt von allen level davor die wir jetzt alle in den letzten parts durchgemacht haben alle edelsteine alle relikte und so weiter geholt und sobald man fünf relikte hat kann man hier drauf ja dafür ist dieses ding da und je nachdem wie viele relikte man freigeschaltet hat ja okay da habe ich dieses das ding ist noch nicht aber nur damit ihr bescheid wisst man kann insgesamt 30 kann man nicht das sind einfach nur also hier kann man die edelsteine holen die man im normalfall nicht holen könnte weil das ist eigentlich schon ein level das existiert und ihr seht da benötigt 25 das level die existieren schon die gibt es eigentlich schon aber von denen kriegt man entweder nur ein edelstein und ein relikt und den zweiten edelstein also den zweiten emerald muss man sich von hier holen und ja wie gesagt dafür muss man halt die relikte sammeln das hat also so funktioniert das system hier wie gesagt hier habe ich komplett alles hier habe ich komplett alles da bin ich mir jetzt nicht sicher ich glaube schon wartet mal ganz kurz ja 19 ja und deswegen lasst hier weitermachen mit coco engine ok ich hätte davor auch locker kurz 99 live soll können aber ne habe ich mir gedacht ne machen wir so weiter das was ich habe das reicht ich weiß gar nicht ich habe 30 40 auf jeden fall hier hat man die dann behalten und wie gesagt wenn man einmal verkackt sind die zwar weg aber wenn man nach einsammeln auf beenden drückt und dann wieder reingeht dann wird das level komplett resettet und man kann sie wieder alle holen wie es beim 1 beim 1 ist es ungefähr das gleiche beim 2 geht es am schnellsten aber das will ich euch nicht verraten weil das ist die kann man wirklich übertrieben fahren dort ich weiß gar nicht ich glaube da gab es gar keine kisten ich weiß ich finde in dem game finde ich koko irgendwie cooler kraft in dem game nicht 1 nicht 2 sondern 3 ja ich lasse noch mal zu gehen okay checkpoint ich hätte spin sollen nicht voll idiot ich lasse ich mache es normal so langweilig normal hat funktioniert komm so so zum glück ist das ging so langsam 26 nicht gerade viel nicht gerade viel alter das gönne ich mir aber und hätten wir den blauen dann könnten wir jetzt hier alles holen so war da oben gerade was ich guck mal gleich nope das ist wir kriegen hier gar nicht alle kisten so lange wie du brauchst 50 fast die hälfte jawoll einmal sightseeing erinnert mich irgendwie an yugio das attemps palast krank kristall und bonusrunde krass so wieviel bekommen wir denn so 28 ok das können wir da das müssten 6 sein ja komm auf die können wir auch verzichten 12 oh verdammt nein ah egal da fehlt wo fehlt denn da was toll jetzt ist meine maske weg ich kam für mich ahhhhh krass krank Musik oh shit egal alles jetzt fehlen uns nur noch 23 ab mal gucken ob wir die alle kriegen so krank viel so viele naja noch fünf kisten das müsste eigentlich zu machen sein da und das waren sie, ok, cool gangste ok und da ist nur zwei wahrscheinlich kriegt man den dritten entweder durch den special weg oder da unten, was ich euch gerade gezeigt habe oh, eine Flugstunde alright, let's do it hier sind die meisten Coco Levels und deswegen habe ich sie jetzt einfach als Standardcharakter für dieses Mal behalten so he ich schieb die Luftschiffe ab kann ich ja einfach halten äh, von wem wurde ich jetzt getroffen achso, die hier soll ich ist ja easy ist ja easy ich habe schon komplett vergessen ja, die Kisten sammle ich irgendwann an, dass das wird jetzt zu viel hier ist es automatisch schon inventiert ok weg mit dir wie viele? elf stück ja komm, das machen wir wenn ich überhaupt noch elf kriegen kann ja, da passt es, dass ich gerade den hier erwische ja komm schon noch drei eins oh fuck zwei verdammt Mist Mist ich Idiot wieder von vorne, ha Nummer eins geh unter kann man die Steuerung hier nicht irgendwie weil es umkehren bazooka ich habe eine bazooka ah, mit der zwei geht es auch schon viel besser ne ne, die bazooka habe ich noch nicht ne, die bazooka habe ich noch nicht weg mit dir weg mit dir weg da hebe ich mich für später auf weg mit dir weg da hebe ich mich für später auf weg da weg da Habe ich ihn jetzt nicht getroffen? Ach Gott, ich vergesse es. Jawoll. So, wie viele Kisten noch? Vier Stück. Drei Stück. Okay. Da vorne sind sie. Oh, oh, jetzt werde ich lebt, ich angegriffen. Passt. Perfekt. Habe ich alle? Ja, geil. Mann, bin ich krank. Arbeiten. So. Okay. Jeden Edelstein umdrehen. Okay, was auch immer. Das heißt, habe ich gerade als Erfolg bekommen. So, was ist das? Wieder ein Kokolemon. Wer hätte es gedacht? So sieht man sich wieder, Crash Bandicoot. Uka, Uka und Dr. Contex wollen, dass ich dir eine Lektion erteile. Tja, ich habe seit unserer letzten Begegnung meine Mechanik überarbeitet. Also, zieh dich zurück, oder werde gelöscht. Ich dachte immer, Dr. Engine wäre weiblich. Vor kurzem dachte ich gerade, der wäre männlich. Jetzt, jetzt kann ich mich irgendwie nicht entscheiden. So. Wisst ihr, was ich meine? Wie viele 61 passt. Perfekt. Zack, 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 zack. Sieht einfach so gut aus. Ja, wir haben sogar Navi. Sind hier hinten noch welche? Ne. Okay. Yeah, whatever. Jawoll, Checkpoint. Da hinten ist das Ziel, aber wir müssen erstmal außen rum. Alle drei. Gar keinen, so wohl es nur eins ist krank. Nochmal zurück. Und. Oh, okay. Egal. 25. 27. Ein Life dazu. Nice. Schnell da durch. Ich glaube, ich habe hinten was vergessen, aber ist jetzt auch egal. Weißer Heim. Schon gut gemacht hier. Checkpoint. 32. Einmal da rum. Müssen jetzt 35 sein. Perfekt. Zack. 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 Ah, Mist, aber nein. Egal. Jawoll. Jetzt kann der uns eh nicht hören. Hä? Achso. Hier lang, ja. Ich war gerade. Ich war gerade echt irritiert. So. Ja, ja, du da. Gott, war das knapp. Nein, ernsthaft. Geh da weg da. Ja. Okay. 44. 15 Stück. Ja, ja. Schon kapiert. Ich hole lieber zuerst die Kiste als den Kristallkrank. 15 Stück. Nein. Nein. Der musste auch genau, und da vorne war ein Checkpoint. Warum? Ach egal. Nochmal. Diesmal können wir so rum. wieder bei 32 krank. Warum? Das war so klar, weil wie gesagt, dass diese Steuerung hier, die geht dies, ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt. Auf jeden Fall könnt ihr nicht direkt, also ihr habt keine, keine 360 Grad Drehung hier auf dem Nullpunkt. Das geht hier nicht. Da hinten geht es auch weiter. Das ist so komisch. Naja, egal. Erstmal hier durch. So, und jetzt einmal zurück. Ja, da ist ein Life. Aber gleichzeitig auch ein Hai. Egal, wir probieren es aus. Ha. So. 40. 40. Ja, ja. So. Falsche Richtung. Egal. Wir haben es trotzdem gepackt. Den Krustall hier haben wir schon. Jetzt müsste gleich der Checkpoint kommen. Gott war das wieder knapp. So. Alter. Du hättest gesehen. Nicht zu. Jawoll. 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 So. Weg, weg, weg. Habe ich beide? Ich glaube ja. Ja. Ich hätte kontrollieren sollen. 54. Da vorne ist das Ziel. Hä? Ich habe irgendwas verpasst, oder? Auf jeden Fall habe ich was verpasst. Ja. Geiler Anfang und so. So. Ich war doch klar, dass es irgendwo weiter geht. Da weiter geht, wo ich gesagt habe, da geht es weiter. Diesmal habe ich nur eine erwischt. Oder es gibt einen Auslöser für Nitro-Kisten, was ich habe jetzt noch nicht gesehen. Ey, das war so vorhersehbar. So. So. Schnell, schnell, schnell. Jawoll. So. Okay. Schnell hier durch. Jawoll. Unnötig lange. So. Das war jetzt das richtig. Ja. Dann machen wir hier weiter. Alright. Okay. Okay. Dann machen wir hier weiter. Äh. Habe ich gar nicht mehr so... Okay. So. 133. Alter. ist aber echt cool design muss man schon sagen man bin ich gut jawohl nein das ist keine bonus plattform hier geht es einfach nur weiter zukunft zu dem vater das ist ungefähr wie es der nerd kennt für die final fantasy kanal okay jackpoint das erinnert mich sehr an an den zweier oder war es der zweier ich glaube es war der zweier ja es war der zweier okay aha wusste ich doch dass es geht okay eine sekunde früher nicht jetzt ich idiot und da wäre schon weiter gegangen man ich bin nur ein 30 38 zack na komm so oh oh schnell 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 gut und gerade noch so diesmal warte ich extra so ha checkpoint nice jawoll wo ist die bonusrunde ah verdammt egal wer am checkpoint ah ich wollte doch einen double jump irgendwie irgendwie keine ahnung so jetzt geht doch ha zwei noch diesmal warte ich extra so 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 oh man ey what the fuck na ja ich kann oh god ja alter ja schön schön und tschüss da mhm aber ich glaube hier kriegen wir auch nicht alle Kisch irgendwie so zum fünfzigsten mal boah trotz ja gerade das letzte erwischt es nicht toll da fehlen locker noch 50 kisten wahrscheinlich ist es so ein ding von wegen du darfst nicht einmal sterben und dann kommst du da drauf wir haben das bonus level verpasst wir haben das freaking da war also ich weiß nicht aber wir haben das bonus level verpasst naja egal das haben wir gerade schon das letzte krass oder echt ja doch ja ich weiß nicht diese knüpfe da die haben mir in der normalen version mehr gefallen weil hier sehen sie irgendwie so mit wie metall schrott aus so ein bisschen nicht sowieso richtige buttons sondern eher so richtig so metall ding schon wieder ein arabian level diesmal kein coco level ja ok das davor war auch kein coco level ich glaube die ertrinkt dann oder ja der sarg hat es nicht gebracht deswegen jetzt so ein ding oder wie Boah, ich dachte gerade, erstmal chillen, und der ertrinkt nicht, ja krank, weg da, ja, ja, ah, das ist so ein Ding, okay, dann einfach drüberspringen, und da haben wir das Bonus, ja, geil, ja, geil, würden wir dann alle kriegen, ich gucke nur mal kurz, hä, hat die das nicht, anscheinend nicht, das war jetzt ohne Absicht, so, ja, geil, fängt doch schon mal gut an, oder, zum Glück gibt's den Double Jump, Gott, schreckt mich doch nicht so, Okay Hoffentlich zerfatzten dann alle, ja, wenigstens etwas, habe ich jetzt ahnen können, Idiot, das gibt eine extra life, so, ah, jetzt liegt schon, ja, ja, whatever, 38, 31, get the F away, boah, fast wer so weit geht, ja, du kommst doch ähnlich her, jetzt mal, ich wollte einen Double Jump auf die machen, nochmal rotz gehabt, das wird leider kein extra life, ey, nee, so, ha, schnell da drauf, war doch klar, oh, zum Glück habe ich nicht den Spin, ah, okay, schon verstanden, man muss hier durch, ohne einmal zu sterben, dann klappt's, könnte ich da drauf, nee, ich glaube, das würde nicht gehen, oder, zu, spät, oh, Gott, nee, wir kriegen auf gar keinen Fall alle, ha, so geht's auch, jetzt aber schnell, checkpoint, nice, hä, wo hätte ich das denn aktivieren sollen, da habe ich gar nicht gesehen, so schön hier drauf bleiben, okay, ich lasse so viele nice apples fassen, das ist unglaublich, okay, das bin ich so viel, da könnte ich eigentlich rüber springen, aber ich habe es riskiert, schnell, 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 und, hey, okay, das war dann für den zweiten, alles klar, dann halt nicht, whatever, so, jetzt mal sehen, dann werden wir ja sehen, wer von uns ausgedehnt hat, allright denn, ausweichen ist sicher für dich, aber, was, das habe ich komplett vergessen, oh shit, warum habe ich das jetzt übersprungen, stopp, 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 erst mal das Ding da weg, das nervt, so, warum musst du das jetzt treffen, schnell hoch, okay, okay, misst, dieses Zielding ist leider nicht so genau, wie bei COD, oh oh, runter, schnell hoch, fast, so, geht, geht doch, ich wette, dafür gibt es ein Trophäe, wenn man das ohne Schaden irgendwie hinbekommt, das kann man auch überspringen, okay, so, das wäre schon mal weg, alter, schade, na, come on, so, jetzt nur noch die billigen Dinger, sobald sie billig bleiben, da gehen die manche, alter, drei auf einmal, what the hell, das war ja richtig hart, den, feurige Früchte aufziehen, indem du jetzt, die Waffe, okay, habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen, but who cares, merkwürdig, wie die Geschichte sich wiederholt, ein Chin konnte wieder nicht siegen, dafür müssen wir dich vernichten, oh, mir brummt der Schäde, ich bin im Moment einfach nicht ich selbst, aber das Ende ist in Sicht, sammle noch fünf Kristalle, und du wirst meinen Plan durchkreuzt haben, oder? Stimmt, es sind ja nur noch fünf, hä, okay, geht nicht schnell, alright then, done that, dann bleibt ja nur noch das hier, und dann werden wir schon durch, krass, das geht echt schnell, ja, okay, offiziell wählen wir dann durch, ich mache dann ja natürlich noch die 100% für mich, und zeige euch dann das true ending, alles klar guys, dann war's das, wir lassen Coco noch zu Ende dancen, äh, sie hat gerade auf ihr Laptop geschaut, deswegen, so, ähm, yeah, whatever, thank you guys for watching, hope you liked it, see you on the next part, the blue gang's is out, peace YouTube, war,